Amman, die zwei Millionen Metropole und Hauptstadt Jordaniens. Hier existiert seit zwei Jahren die höchst ungewöhnliche Hochschule, die German Jordanian University, kurz GJU. Ein deutsch-jordanisches Kooperationsprojekt. Die Absolventen der GJU wollen nichts weniger als ihr Land verändern, es nach vorn bringen, egal in welchem Fachbereich sie im Moment studieren. Dazu sind sie entschlossen und dafür bekommen sie hier die besten Voraussetzungen. Eine erfolgreiche Wirtschaft braucht Fachhochschule abzuwenden, denn die haben genau das Wissen und die Qualifikationen, die ein Land zum Aufbau einer erfolgreichen Wirtschaft, wie Deutschland sie hat, braucht. Dieses Projekt ist das größte Bildungsexportprojekt der Bundesregierung und insofern gereicht es, glaube ich, schon der Hochschule Marteburg-Standard zur Ehre. die Federführerin in solch einem Projekt zu haben. 1000 Studenten sind hier im Moment eingeschrieben. Das Dozenten-Studenten-Verhältnis ist extrem gut. Und 40 Prozent der GJU-Studenten sind Frauen. Jordanien wird sich in den nächsten Jahren drastisch verändern. Die GJU hilft dabei. Der arabische Raum erwartet einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Absolventen der Deutsch-Jordanischen Universität wollen und werden dabei sein. Gut.